Und wir haben den Generator hier erfasst. Wenn ich nicht versagen würde. Ich helfe euch mit dem Generator und dann möchte ich, dass mich jemand heilt. Das kriegen wir hin. Oh, da kommt er! Ja, da geht er! Entschuldigung! Du hast mich blockiert! Entschuldigung! Oh, da kommt er! Bleib ich mir stehen! Ich hab ja schon chillt! Oh, ich wollte das mal probieren. Aber vielleicht sollte sie dabei nicht so ganz direkt vor ihm stehen. Guck mal, was machen wir denn krass? Das ist so unglaublich gut. Oh Gott. Mensch, doll. Das kriegen wir hin. Nee. Ja, oder? Oh Gott. Der arme Alex, ne? Weißt du, wobei ich den Killer weiß genau wer ist? Und der muss halt gucken. Das ist ein spannendes Spiel. Oh Gott. Okay, ich glaub, das war's. Das ist ein richtig gutes Spiel für das. Oh Gott. Sie wird so richtig erfolgreich. Also, das war schon großartig von mir. Ich find jetzt noch die Luke. Nein! Das wäre so unverschämt. Erst blockst du mich, dann stellst du dich direkt vor den Killer. Oh, ich lebe! Oh, ich lebe! Ich lebe! Solange ich die Taschlampe... Hier ist mit meiner Hand da, aber kann er mich nicht treffen? Ach, Holger. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Du bist großartig. Also, wir gewinnen das jetzt noch. Ich bin tot. Ja, wir nicht. Wir leben wieder und laufen. Ja, ich seh's. Ich hab dich grad. Oh Gott. Oh Gott, war das schlecht. Also, Michael ist bei keinem von euch. Doch, bei mir. Ich hab kurz von dir weggekriegt und schon kommt da. Ja, ja. Ich wollte das... Hast du wieder versucht, mich zu blenden? Äh, nein, nein. Ich hab diesmal einfach nur versagt. Was war jetzt der Unterschied zum Blenden davor? Ähm, dass es diesmal vollkommen schon, als es los war. Bist du ihm in die Arme gelaufen, oder? Nö. Er war einfach zu schnell dran, weil er, glaub ich, ganz, äh, geschlichen ist. Und, ähm, ja. Das war's dann, ne? Und jetzt kämmt er halt fröhlich. War halt krisch. Voll. Vielleicht sollt, äh, wäre jetzt der Zeitpunkt, an dem du schnell laufen solltest. Ach, Quatsch. Lauf, schnell, schnell. Nö. Das ist ein super Spiel, das wir hier machen. Ich bin sehr, sehr begeistert von uns. Das sollte definitiv in deine Highlights rein. Oh, ja. Wird's nicht. Warum, ähm, regenerierst du noch? Das bringt dir nix mehr. Ich kämpfe bis zum Letzten. Ja. Versuch mal, die Luke zu finden. Ja, das mach ich ja jetzt. Ich hab nur so ein kleines Geschwindigkeitsproblem. Du hast nicht genug Spinat heute gegessen, wa? Ja. Sie ist ja auch etwas, äh, ähm, ja. Dürr. Ja. Das ist jetzt nicht so vorteilhaft. Ne, aber dann kann sie sich halt besser verstecken hinter Bäumen. Ja, oder im Fahn. Ja, oder sie stellt sich einfach direkt vor den Killer und der Stich dann vorbei, weil sie so dünn ist. Genau, genau. Hm. Hat nicht funktioniert. Wieso ist denn so viel Nebel eigentlich? Ihr kriegt prall zueinander, ist das nicht schön. Oh, da ist er. Da ist er. Ich bin nicht da. Du bist auch völlig unauffällig, wie du da liegst. Ja, und, äh, meine Geräusche auch. Ja, ja, ja. Ich hab's tatsächlich einmal geschafft, die Luke zu finden und da hinzukriechen und rauszukommen. Ich hab's tatsächlich auch einmal geschafft, durch den Ausgang zu kriechen. Guck mal, wir haben zwei Zuschauer. Ja. Wir sind Fame. Total. So Fame. Ich mach jetzt Geld damit. Mhm. Worst Games Ever. Deine Spielunterschrift Ding sollte heißen, ich versuche, den Killer direkt vor meiner Nase zu blenden. Wieder und wieder. Irgendwann wird es funktionieren. Ja, war eine gute Idee. Manchmal ist die Luke auf dem Hügel. Ja. Und ich dachte mir, ich kann da mal gucken, ne? Aber ich glaub, ich verblute. Du bist jetzt aber tot. Ja, ich glaub auch. Oh Gott. Und der andere wurde auch getötet, ja. Ja, ja. Das war schon Ja, und ich hab noch nicht mal mein Archiv geschafft. Traurig, traurig, traurig. Nicht? Dabei warst du so gut? Ja.